Moin zusammen und willkommen zurück zu Let's Play Deep Space Nine The Fallen. Da unten ist auf jeden Fall einer. Der ist auch tot. Sehr schön. Je weniger, desto besser. Ich fürchte, da hat sich einer von diesen Schweinepriestern getarnt. Okay, weiter geht's. Ohne Hypo. Gegen ganz viele Jam-Hudda. Puh. Da hinten ist, glaube ich, auch nichts mehr. Dann klettern wir hier jetzt mal runter. Ich sehe hier sonst auch nichts. Da ist noch ein Water. Okay, den erschießen wir dann auch sofort mal. Nein, ich schenke dir den Leben nicht, danke. Neuro-Elektrische Sicherheitsstufen, okay. Und ich habe einen Hypo-Spray aufgenommen, das finde ich doch super. Sonst irgendwas zu sehen? Da ist eine Kiste. Gucken wir mal, was da drin ist in diesen Kisten. Vielleicht ist da was Interessantes dabei. Schockling-Munition, finde ich gut. Gucken wir auf der anderen Seite auch mal nach. Da ist eine Leiter. Kann ich hier was machen? Aha. Aha. Was habe ich jetzt gemacht? Neuro-Elektrisches Verteidigungsnetzwerk ist deaktiviert worden. Oh oh. Oh oh. Fässergewehr raus. Einer ist noch da. Einer ist noch da. Einer ist noch da. Erwischt. Sauber. Habe ich es jetzt geschafft? Gut, nichts ist weg hier. Nichts ist weg hier. Speichern wir gleich mal ab. Ach so. Warte mal von dir. Hä? Okay, dann gehe ich da mal rüber. Achtung. EPS-Verteilerknoten 4 ist reinitialisiert worden. Aufwärmzyklus wird durchgeführt. Okay, und was mache ich jetzt hier oben? Ah, alles klar. Jetzt lasse ich Bescheid. Und hier rein. Sehr gut. Ah, nächster Level-Abschnitt. Okay. Vielleicht soll ich doch lieber mein Gewehr zur Hand nehmen. Das ist wahrscheinlich sinnvoller. Was soll denn das, ey? Na? Na? Warum komme ich da nicht rauf? Na, jetzt hüpft er mal rauf. Hallo? Sag mal. Was ist denn los mit dir? Ernsthaft jetzt? Ach, sag mal. Jetzt. Hallo? Sag mal. Die Alte will mich verarschen. Ernsthaft? So. Ne, warte mal. Das muss ich mir... Doch. Klar, muss ich hier oben rauf. Die Frage ist, wie komme ich da oben rauf? Ach so, ich sollte vielleicht diese Leiter hier benutzen, ne? Wäre vielleicht eine Maßnahme. Dann würde ich das vielleicht auch mal erreichen. Ach, hey. Also manchmal ist die Steuerung schon ein bisschen... Hm, ne? Sag mal. Jetzt kletter da rauf. Verdammt nochmal. Blödes Vibesbild. Also. Geht doch. So, jetzt hier lang. Hier hin. Hier her. Darüber. Hier rauf. Da ran. Zack. Rüber da. Richtiger Parkour für den Major. Und ich hab immer noch nur 32 Leben. Und ich hab keinen Scheiß-Hilfe-Spray dabei. Oh Gott. Doch, hab ich. Ha, okay. Zack, gleich mal benutzt. Und weiter geht's. Oh, geschafft. Ich hatte schon die Befürchte, den ganzen Scheiß normal machen zu müssen. Gleich wieder speichern. Nur damit nichts schief geht hier. Sicher ist sicher. Oh Gott. Warum hab ich das Gefühl zu wissen, welcher Art von Gegnern wir hier übermäßig begegnen werden? Warum hab ich nur dieses Gefühl? So, lange Leiter hier runter. Aha, Gemma da. Na gut, machen wir das mal anders. Der lebt noch. Fürchte ich. Jetzt sieht's leer aus da hinten. Oh, mein Gewehr ist natürlich fast leer. Sehr doof. Och, alter. Jetzt hab ich gerade doch ein kleines bisschen verjagt. Da ist ein Phaser-Gewehr in der Energiezelle. Sehr schön. Ich glaube, das ist auch so vorgesehen, dass man die von hier hinten besiegt. Ansonsten würde ein Deals wahrscheinlich so abknallen, wenn man hier rüber möchte. Über diese Laufstege. Ich glaube, da hinten gibt's Versorgungsgüter. Da möchte ich gerne zuerst hin. Ja, da sind Kisten. Und dann diese Kisten möchte ich gerne jetzt zuerst. Scheiße. Verdammt, wo ist denn die lille Schocklinge? Da. Och. War's das jetzt? Ich hab fast keine Munition mehr für meine Waffen. Scheiße, da hinten ist noch einer. Kommt der her? Ja, der kommt her. War's das jetzt, bitte? Oh Gott, ey. Scheiße. Ich finde, ist das sinnvolle drin? Nein. Nur Schockling-Munition. Ey, das ist... Schaff ich nicht. Ich hab kein Lypus-Play mehr. Ich bin tot. Level-2-Klassierkarte. Wo soll ich denn sowas finden? Oh, stirb! Verdammt! Ach, alter, ey. Ach, meine Fresse. Was für ein Wahnsinnslevel ist denn das hier? Okay. Machen wir das Ganze noch einmal. Quicksave. Ja. So, von hier aus. Noch einmal. So, hier wieder durch. So, hier runter. Richtig. Richtig. Und dann... Mal gucken, wo es lang geht. So, jetzt hab ich 230 Schuss in dem scheiß Gewehr. Wo muss ich jetzt hin? Ja, genau. Ich falle in einen Abgrund. Wer hätte das für möglich gehalten? Meine Güte. Mensch, das macht ja echt Spaß hier gerade. So. Nochmal. Leck mich doch, ey. So, wieder runter. Wieder hier durch. So, und jetzt aber, Major. Mach's mal vernünftig. Das Problem ist, die sehen mich ja auch, wenn ich da oben drauf tüdel. Das ist halt ein bisschen doof so. Ich weiß immer noch nicht, was ich da machen soll. So, Gewehr raus. Keine Ahnung, wo ich hier lang muss eigentlich. Ich kann ja nur noch da hinten oder da drüben hin. Ah nein, diese Orte muss ich ja. Um hier weiterzukommen. Leider weiß ich nicht, an welchen. Da hinten ist nichts. Sie haben mich schon mal nicht gesehen. Das ist gut. Und ich werde jetzt den Teufel tun und sie beschießen. Ich glaube, das war falsch. Ja, war es. Das war auf jeden Fall falsch. Ach, man. So, da ist schon mal die Zugangskarte, die ich hier haben möchte. Okay, Schockling-Munition. Und da ist nicht auch ein Hypo-Spray dabei, ne? Also. Ach, das war Felsenkel-Munition. Ja, super. Wow! Dreckige, verdammte Gem-Hudda. Das war ein Level-1-Zugang. Das hat mir jetzt nicht so viel genutzt, ne? Wo muss ich denn hier hin? Boah, Alter. Ich habe mir auch keine Ahnung, wo ich hier hin muss. Ernsthaft. Oh, leckt mich. Verdammte Gem-Hudda. Was muss ich denn hier machen, verdammt? Also da ist schon mal der Level-2-Zugang. Okay, weiß ich schon mal, dass du für diese Seite gehen musst. Aber wie mache ich denn das? Wie besiege ich denn diese ganzen Massen an Gem-Hudda? Das kann doch nicht sein. Also nochmal. Hauptmüh. Spielladen. Quicksave. Ja. 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 Ach, scheiße. Ich habe hier zuletzt gespeichert. Oh, toll. So, nehmen wir sie dir die Schocklinge. Haben wir die beiden erwischt? Jetzt kommt da noch einer angeeiert. Ey, Alter. Sorry, aber... Das geht mal gar nicht hier. Ja, toll. Jetzt ist noch der Alarm aktiviert. Yay. Yay. Yay, yay, yay. Okay, alles klar. Weiß ich Bescheid. Ich würde sagen, an dieser Stelle mache ich dann mal Schluss und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann.